Hey Leute, ich bin Zwiebi und das seht ihr heute. 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 Ich bin Doja auf 2.020 m. Hier geht es ein bisschen das Loch herab und vor mir geht es auch ein bisschen das Loch herab. Was gibt es noch zu erzählen? Wir haben bereits einen langen Aufstieg gehabt. Das ist doch nicht ganz unbeschwerlich. Und eine sehr feine Wurst gibt es hier oben zum Essen. Oh ja. Oh ja. Ich bin Zwiebi. Das ist so schwer. Die Kamera kann man die ganze Zeit so halten. Ich bin Zwiebi. 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 Ich bin Zwiebi.